Wie viele von jüngeren Leute sagen, unglaublich schnell. Ich bin nicht schnell mehr. Aber ich bin sehr subtil. Und wenn man will, das ist eigentlich mehr wichtig. Weil, playing the drums und coming to the people kommunizieren mit den Leute ist ein bisschen wie lieber machen. Es soll nicht so schnell vorbei sein. Es ist besser, wenn es ein bisschen länger dauert. Und believe me, es dauert mich lange. Und meine Frau sagt, wir haben nur eine Woche. Ich weiß nicht, was ich anfangen. Ich weiß nicht, weil ich nicht so viel playback habe. Vielleicht haben wir ein bisschen zufrieden. Aber ich werde etwas sehr leichter machen. Ich weiß nicht, dass ihr einen Tag auf dem Weg habt. Es gibt ein paar sehr, sehr loud Dinge, vielleicht. Aber ich werde mit den Brushes machen. Und ich werde ein lustiger Brushes machen, das ich sehr liebte. Und ich hoffe, dass ihr das gerne möchtet. Ich muss über die Brasstechnik beschreiben, die Basentechnik. Wir haben vielleicht alle sehen Schlagzeuger, die machen diese Schlagzeug-Jazz-Swing-Basentechnik. Sie gehen so. Und es sieht sehr cool und sie machen diese Kreisbewegung mit der linken Hand. Wo ist das entstanden? Die Antwort ist, dass vor vielen, vielen Jahren Schlagzeuger, wie alle anderen Instrumentalisten, die kopieren, was ihre Helden haben gemacht. Aber die früheren Schlagzeuger, die haben ihre Aufnahmen gemacht in den 20 Jahren. Natürlich war sehr schlechtes Aufnahmetechnik in der Zeit. Und was wir haben gehört auf diese Platten mit Geräusch war... Die späteren Schlagzeuger haben versucht, es zu kopieren. So, wir wünschen... Ah, wirklich! Der schwierige Teil dieser Übung ist, dass diese Bewegung muss genau 78 Revolutions pro Minute sein. So, wir sind hier in der Zeit, die Tür zu essen. Wir müssen sagen, dass das Opfer-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter. Ach, das ist doch nicht auf der Zeit. So. Wir müssen gehen, dass er sich nach dieser Übung auf dem Internet in die Tür zu entfernen, bis dahin zuвоhen. Der Kritik ist nur ein bisschen schwer, was wir sagen. So, ich denke, wir müssen schon in diesen Essen anzüheisen. Nachrichten gehen, warum wir nicht gerade vor CD-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter-Meter. Vielen Dank.